Ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch von diesem Problem betroffen bist, das ich hier in diesem Video behandle. Das Problem an diesem Problem ist nämlich, dass es relativ unscheinbar ist. Sprich, dass man es im Alltag gar nicht so sehr wahrnimmt. Was aber verheerend ist, das sind die Konsequenzen. Um welches Problem es sich dabei handelt und wie verheerend die Konsequenzen sein können für dich, das zeige ich dir in diesem Video und damit hallo und herzlich willkommen. Wenn eine neue Aufgabe, eine neue Verpflichtung oder ein Termin vor der Türe steht in Form einer Anfrage, dann hast du drei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Erstens mal, ja, ich nehme die Anfrage oder den Termin an und erledige ihn am besten sofort, wenn es eine Aufgabe ist. Zweitens, du sagst, nein, das ist nicht für mich, das will ich nicht, das mache ich nicht. Und die dritte Möglichkeit ist, ja, sehr gerne, ich nehme diese Aufgabe oder dieses Projekt an, aber nicht jetzt, sondern zu einem gewissen Zeitpunkt, den ich aber jetzt schon festlege. Das sind im Prinzip die drei Möglichkeiten, die du bei dieser Anfrage hast. Und das ist auch so weit und so gut und natürlich auch logisch. Und der Vorteil, wenn du das so machst, ist schlicht und einfach, dass das alles erledigt ist. Ja, sofort heißt, ich erledige es sofort. Wenn es nein ist, ist es nein und du hast es auch aus dem Kopf draußen. Und wenn es ja, aber zu einem gewissen Zeitpunkt ist, dann weißt du zumindest genau, jetzt muss ich mich nicht damit beschäftigen, aber es wird der Zeitpunkt kommen und dieser Zeitpunkt steht entweder in meinem Kalender oder in meiner To-Do-Liste und dann muss ich mich mit diesem Thema oder darf ich mich mit diesem Thema, mit diesem Projekt oder mit diesem Termin, was auch immer es ist, beschäftigen. So weit, so gut wäre da nicht die vierte Möglichkeit. Und die vierte Möglichkeit, von der bin ich leider Gottes sehr betroffen. Und in meinem Fall heißt diese vierte Möglichkeit exakt aufs Wort genau, schauen wir mal. Ja, vielleicht heißt sie bei dir ein wenig anders. Vielleicht heißt sie bei dir, sehen wir ja dann eh oder werden wir schon sehen oder ich werde mal schauen oder ich lasse mir das noch durch den Kopf gehen oder ich bin mir noch nicht ganz sicher oder ich gebe dir vielleicht noch irgendwann Bescheid oder wie auch immer du es sagst und welche Wörter du da verwendest. Diese vierte Möglichkeit hat einige, einige gravierende Nachteile. Und zwar, der Zergane-Effekt schlägt zu. Was ist denn der Zergane-Effekt? Der Zergane-Effekt besagt, wir merken uns Dinge schlicht und einfach besser, die quasi als offene Aufgabe da liegen. Und wenn ich sage, schauen wir mal, dann sage ich weder Ja dazu, dann sage ich auch nicht Nein dazu und dann sage ich auch nicht Ja später dazu und terminiere das schon, sondern ich habe eine Aufgabe, die als offenes Ende hier drinnen in meinem Kopf da ist. Und diese offene Aufgabe, die wird sich immer und immer und immer wieder melden und vor allem dann melden vielleicht, wenn ich am fokussierten Arbeiten bin. Sprich, die Störgedanken werden immer und immer und immer wieder hochpoppen. Wenn du jemand bist, der von Störgedanken sehr betroffen ist, dann lade ich dich ein in die Videobeschreibung zu schauen. Und da habe ich dir einen Link zu einem Blogartikel bzw. Podcast von mir dazugegeben, wie du Störgedanken sehr, sehr effizient loswerden kannst. Und auch da geht es um den Zergane-Effekt. Also Zergane-Effekt schlägt zu und das poppt immer wieder auf. Das ist ein Nachteil Nummer eins. Nachteil Nummer zwei, es ist natürlich unfair der Person gegenüber, die die Anfrage stellt. Weil die hat jetzt weder ein Ja, die hat auch kein Nein und die hat kein Ja später. Das heißt, auch für die erzeugst du ein offenes Ende in ihrem Kopf und auch das ist natürlich absolut schlecht. Nachteil Nummer drei, jede Entscheidung kostet Willenskraft. Und je öfter du eine Entscheidung vertagst, auch das Vertagen kostet natürlich immer wieder Willenskraft und du gehst mit deinem Willenskraftvorrat sehr, sehr unachtsam um und deswegen wirst du sehr, sehr schnell keine Willenskraft mehr haben und das ist natürlich im Laufe des Tages dann eine schlechte Idee. Am besten solltest du natürlich noch genügend Willenskraft haben, bis du ins Bett gehst. Aber wenn du so vorgehst und wenn du oft Schaumermal sagst, wie ich das zumindest in der Vergangenheit sehr, sehr oft gemacht habe, dann wird das natürlich zu einem größeren Problem. Und man muss auch dazu sagen, Schaumermal hat bei mir dann schon zu 95% Nein geheißen eigentlich. Aber ja, ich habe es mit Schaumermal eben vertagt. Dann weiterer Nachteil, ich stelle mir selbst Zeit und Energie damit natürlich und es nervt mich natürlich auch selbst, denn ja, es ist natürlich nichts Angenehmes und man merkt das dann auch schon, wenn man Schaumermal sagt, es ist schon so ein Unbehagen, so ein schlechtes Gefühl auch irgendwie und das ist natürlich alles andere als gut. Wie sieht jetzt die Lösung zu diesem Problem aus? Ich habe es jetzt da schon länger auf dem Schirm und ich bearbeite es und ich kann dir eines sagen, es läuft schon viel, viel besser. Es ist noch nicht ganz weg, manchmal schlumpft es mir noch so durch, aber es ist schon viel, viel besser und die Lösung heißt Achtsamkeit, Achtsamkeit, Achtsamkeit. Du hast natürlich einen guten Trigger. Du hast dieses Wort oder diesen Satz, den du da immer sagst. Schaumermal bei mir und immer wenn ich Schaumermal am besten schon sagen will und es noch gar nicht gesagt habe, sollte dieser Trigger aufpoppen und sollte sagen, so stopp Thomas, jetzt überleg mal ganz genau. Ist das jetzt wirklich ein Schaumermal, was in manchen Situationen kann das ja schon sein, dass ich vielleicht noch drüber schlafen muss, aber das sind ganz, ganz wenige. Oder bist du dir ohnehin schon ziemlich sicher, dass du das nicht machen willst oder dass du das vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt machen willst oder dass du es gleich machen willst. Ist das wirklich ein Schaumermal? Und da muss immer aufpoppen diese Frage, was will ich jetzt wirklich antworten? Und wenn du die Achtsamkeit darauf legst, dann ist das zu Beginn zwar sehr, sehr mühsam, weil du dich zwingen musst, eine Entscheidung zu treffen und das tun wir vor allem dann nicht gern, wenn die Willensstärke schon im roten Bereich ist, sagen wir so, aber es ist immer besser, du triffst die Entscheidung, wenn es irgendwie möglich ist, sofort, als du vertagst sie und vertagst sie und vertagst sie, wie es halt dann oft so ist. Wichtig für dich, neben Achtsamkeit, finde deinen Trigger. Was sind die Worte, die du immer sagst, wenn du die vierte Möglichkeit wählst? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ein weiteres Mindset ist ebenfalls noch wichtig, das auch sehr, sehr gut zu diesem Zusammenhang hier passt. Und das ist, nicht in die Nett-und-Dumm-Falle zu tappen. Was die Nett-und-Dumm-Falle ist und wie du in den kommst, das zeige ich dir im Video hier unterhalb. Für heute sage ich, vielen Dank fürs Zusehen, mach's gut und genieße deinen Tag. Zusehen, danke fürs Zusehen, danke fürs Zusehen.